hallo leute und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen einsendung zumindest vom titel lässt sich hier doch einiges erwarten wir haben nämlich hier ein spiel in einem spiel und wir haben eine fusion aus zwei ziemlich krassen spiel wir haben einmal minecraft und wir haben einmal portal herzlich willkommen zu folge 90 eure einsendung von endermars 21 eingesendet wurde portal minecraft daran beteiligt waren zwei leute beziehungsweise er mit einem zweiten account ihr findet alles in der video beschreibung auch den download link meine umsetzung des spiel portals von werfen minecraft die adventure map hat zwar nicht dieselbe testkammern und story handeln wie originalspiel aber zur einfachung habe ich ein texture pack und custom advancements hinzugefügt sehr sehr cool das ganze wirkt auch schon mal ziemlich nice gemacht auch hier mit der background music man merkt da wurde auf jeden fall arbeit reingesteckt englisch an die rules don't change your game mode do not cheat in any way turn around start the map the next pages address to the joecraft hallo joe das ist meine selbst erstellte portal mit minecraft ich hoffe dass dir gefällt das meiste wird per befehlsblöcken teilweise in komplexen befehlen wie zum beispiel einer exe der exe b ausgeführt und für viele ok sache für die ok exe befehlen ok siehst du 99,9 prozent joe sicher finden wir es raus sehr cool gut und noch ein bisschen krimskrams ok ok starten hier nochmal die credits sehr cool ja dann auf geht's cool sehr cool gemacht jo music off ambient off ok music off ambient off video brightness moody machen wir nicht wegen youtube clouds off distortion effects off ok stats on of plasma random discs on of starts in ten second voice on äh wie ich lass erstmal alles lass erstmal alles so wie es ist alles andere passt ok na oder gut dann los geht's start glados welcome test jubel test jubel test jubel englisch können willkommen the joecraft herzlich willkommen zu apatio science enrichment center please press the button to start the test ok wir müssen ein test packen lie the cake is always a lie was ist das hier ich ich liebe immer erst mal das unoffensichtlich mir anzugucken ich bin ein sehr sehr schlechtes test objekt und glados wird sehr unzufrieden mit mir sein ach die portal gun ok das ist ja mal wirklich portal minecraft ziemlich cool gemacht jub jub läuft ok ich glaube es geschafft ah ja hier genau die aufzüge ok ich habe es geschafft die erklärung wie der raum aufgebaut ist ich habe eine portal gun blau kappe und was muss ich jetzt machen ich kann die portal gun nutzen kann nein nein ja da kann ich was machen aber wie schalte ich jetzt um moment wie schalte ich um blau 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 ach so vielleicht kann ich gerade nur die portal gun auf blau benutzen ja 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 genau die andere wurde schon erstellt jetzt bin ich hier oben schon mal okay jetzt kann ich quasi hier ein portal hin bauen ja wunderbar und jetzt kann ich hier durch oh wie cool und jetzt bin ich hier gelandet ah ja jetzt hat quasi hier hat die portal gun jetzt ein portal hingesetzt slow motion gel was kann ich jetzt hier machen ich kann auf den knopf drücken und der wird wahrscheinlich für ein paar sekunden diese tür öffnen aber wir haben gerade schon gehört oh das ist eine ah okay irgendwas ist hier kaputt das ist eine ich verstehe schon das ist ein kraftfeld deshalb konnte ich da nicht durch jetzt muss ich auch erstmal hier wieder das erzeugen ich mach mal ganz kurz die chunks runter damit das hier nicht so stark laggt so ich bin jetzt hier reingesprungen okay also am anfang muss man sich ein bisschen daran gewöhnen wie es abläuft aber relativ intuitiv bestimmt ein crossbow ne ja cool na sehr cool sehr sehr gut umgesetzt auch mit der blickrichtung das fühlt sich schon mal richtig gut an okay ähm genau dass er dieses slow mogel ist ja quasi absichtlich da damit ich quasi jetzt hier lerne dass ich jetzt hier ein portal erzeuge Knopf drücke und nicht hier durchlaufen kann ich dachte das hat funktioniert ja Moment warum kann ich da nicht durchlaufen ah doch kann ich okay aber hier kann ich nicht durchlaufen komischerweise warum kann ich hier nicht durchlaufen na ein bisschen verpackt ist das ganze noch aber ansonsten schon mal verdammt gut gemacht so jetzt aber schnell drücken schnell durch und zack bin durch die lasertür super nice gemacht ja wir sind durch die lasertür durchgekommen aber warte mal warte mal ah ja 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 natürlich wir müssen jetzt wieder zurücklaufen und ah ne warte mal doch nicht so leicht he 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 oder kommen wir einfach hier durch nein kommen wir nicht aber aber moment wie kann ich jetzt meine portal kann umschalten das verstehe ich nicht okay ich kann hier ein portal erzeugen aber das bringt mir gerade nichts merke ich jetzt stecke ich hier fest weil ich ja ne ne nein das eine portal ist erzeugt aber wie kann ich jetzt aber die ist auf blau immer noch eingestellt die portal gun aber ich bin tief blind 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 Hä? Zum Kuckuck? Geh, mach irgendwas falsch. Jo. Okay, Portal wurde erstellt. Ich kann hier durch und... Ich komme jetzt hier durch. Sehr schön. Bin jetzt wieder hier. So, und da war dieser Knopf. Ne, warte mal. Lieber so. Dann hier was erstellen. Und Knopf drücken. Schnell hier durch sprinten. Sorry, ich verstehe es nicht. Warte mal. Stimmt. Es kann sein, dass ich ein Portal einfach da durchschießen muss. Klar, ich muss ein Portal da durchschießen. Okay, wir gehen wieder rein. Bisschen nervig sind die Kolben, die die ganze Zeit da so verrückt schalten. Ähm. Ja. Ich kann hier kein Portal durchschießen. Gut. Machen wir folgendes. Wahrscheinlich verstehe es auch nicht, warum ich das nicht hier machen kann. Doch, kann ich. Ah ne, ich kann aber hier nicht durchlaufen. Okay, mal gucken. Ich kann es schnell aufmachen. Hat das jetzt geklappt? Äh, ja. Hat geklappt. Okay. Und da ist der Fahrstuhl. Sehr schön. Pick up cubes with your portal gun. Krasse Sache. Das heißt, jetzt haben wir auch schon das erste Mal Interaktion mit Cubes. Oh, wie nice. Und die kann ich wahrscheinlich dann setzen, um die Tür zu öffnen. Liebe Leute. Portal in Minecraft. Ich finde das so geil. Ich würde sagen, wir machen das mal wirklich in einem Let's Play. Schauen uns die ganze Map in Ruhe an. Machen wir das jetzt nicht so hektisch in den Einsendungen. Und das wird auf jeden Fall ein Let's Play geben zu dieser Map. Ich freue mich schon richtig darauf. Verdammt gut gemacht. Leute, ich empfehle euch selber mal, diese Map zu downloaden, selber mal zu spielen. Und wir werden uns die in einem kleinen Mini-Let's Play anschauen. Und dann einfach mal die ganze Map durchspielen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist ja, wie gesagt, jetzt bei den Einsendungen erstmal nur ein kleiner Überblick. Und wie gesagt, Map gibt es nochmal in ganzer Fülle hier in einem Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen. Geile Map. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute. Bis bald.